Wie viele Tore schoss Norbert Dickel im Pokal-Endspiel 1989 gegen Werder Bremen? 3, 2, keins. Also, ich kenne die Antwort. Und ihr? 0,9 Kategorien mit 0,9 Fragen. Das ist das neue Quiz der Runde richten über unseren BVB mit 81 Fragen rund um unseren geliebten Verein Borussia Dortmund. Ja, probiert es doch gleich mal aus. Fragen zu legendären Spielern, zum Stadion, zu den Erfolgen von Borussia Dortmund und natürlich zum aktuellen Team. Ja, und das Beste beim BVB-Quiz der Ruhrnachrichten ist, ihr könnt auf dem Tablet und auf dem Smartphone überall miträtseln. Sogar unsere Jungs hier in der Kabine. Also Borussen, macht mit! Klickt www.ruhrnachrichten.de Ja! 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 Ja!